Hey Joto, zurück bei The Witcher 2. Er sagte mir gerade, Quest nicht erfüllt. Harpieren. Als ich in den Nebel hineinlief. Super. Das ist deprimiert. Was soll's. Oh Gott, das tut gut. Wie warm es ist. Ein schöner Herbst. Wird wohl reichlich ums gehen. Wir werden's wohl nicht pflücken. Ihr pflückt die Köpfe der Feinde. Zwar sofort. Los jetzt. Vernichtet diese ketvenischen Köter. Ruhe. Wir sind noch nicht so weit. Manchmal vergesse ich fast, warum wir uns eigentlich schlagen. Mächtige Könige brauchst neben Kriege. Sollen Dema, Wendt und Hänselt die Sache doch mit einem Duell entscheiden. Mein Schwager stammt aus Katwin. Ein anständiger Kerl. Ich war mal bei denen auf dem Markt. Gute Ware haben sie mir verkauft. Weniger als bei uns. Haltet die Klappe verdammt nochmal. Katwinner sind Tiere. Allesamt. Wisst ihr, was die mit unseren Frauen machen, wenn wir diese Schlacht verlieren? Habt ihr vergessen, dass sie gekommen sind, um zu stehlen, zu brandschatzen und unser Land zu rauben? Wollt ihr es ihnen vielleicht schenken? Dieser Brot! Auf sie! Nein. Auf das Signalwagen. Ach was, Abwarten! Schweig! Bogenschützen. Pfeile entzünden. Ziel. Erster Ball. Auf sie! Die feindliche Standarte erobern. Was bin ich? Was ist... Aha! Die Getränke waren umsonst. Besiegen den Standardenträger, Katwins und bringen die Standarte an. Der Typ ist schwer. Oh! Oh, ich kann nicht rollen. Ich kann gar nichts. Super. Ist das ein Witz? Ist das jetzt ein Witz? Okay. Ist das jetzt ein Witz? Mach Abgang! Okay, gut. Meine ganzen Getränke, wo sind die? Leuchtet auf, oder ich werde wütend. Ach so läuft der hart. Der Feind hat die Standarte. Sie schießen uns ab wie Enten. Verständig den Feldherrn. Das ist eine Falle. Ohne Verstärkung sind wir verloren. Muss ich es ihm sagen? Woher denn? Das macht Prinzessin Syphilis. Sieh bloß zu, du Esel, sonst spicken sie uns alle. Das schaffe ich doch nie. Meine erste Schlacht. Zum ersten Mal getötet. Blut an meinen Händen. Geil, da sind auch noch Menschen. Teilen den Oberbefehlens aber mit, dass der Standarte dem Feind in die Hände gefallen ist. Gut. Ähm, mach ich. Vorsicht! So nicht. So komme ich nicht vorbei. Zum nächsten Schutz. Oh Gott. Oh Gott. Huh. Das hat gesessen. Man kann sagen, ich gehe im falschen Moment. Okay, go, 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 go. Go, 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 go. Hey, 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 hey. Das geht. Oh Gott. Ah. Okay. Lade. Okay. Ich verstehe. Ich muss die Schlacht ja durchmachen und, okay. Immerhin habe ich die Getränke genommen. Einmal benutze ich diese ganze Kacke exzessiv und dann brauche ich sie gar nicht. Okay, okay. Heul nicht drum. Ups, der letzte hat dich noch erwischt. Du kannst das super... Ah! Okay, go, 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 go. Oh Gott. Komm, go, 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 go. Oh Gott, oh Gott. Hey, ich war doch... Bullshit. Bullshit. Na super. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm! Go, 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 go! Gott sei Dank! Ihr Idioten! Herr, das graue Feenlandschiff. Ein Hinterhalt. Wir brauchen Hilfe. Deine Kundschafter haben das Schlachtfeld doch genauestens beobachtet. Jawohl. Sie müssen die Gräben in der Nacht ausgehoben haben. Tagsüber war das Feld frei. Herrin Glewisig hat mit Magie über das Feld gewacht. Zehn Schläge für jeden Kundschafter. Den Strick für jeden Dritten. Herr, wir brauchen Verstärkung. Es gibt keine Verstärkung. Hart aus! Und du, Glewisig. Mit dir rechne ich nach der Schlacht ab. Der König wird von deiner Unfähigkeit erfahren. Befehlshaber entscheiden über den Ausgang von Schlachten, nicht Zauberinnen. Denk dran. Auch ich erstatte Bericht und... Das Gespräch ist jetzt beendet, Hexe. Zeit hier zu gewinnen. Meine Herren, zu den Standarten. Und auf in den Kampf! Soll ich gegen den etwa kämpfen? Sind ja alle verrückt. Du magst fertig sein mit mir, aber ich noch lange nicht mit dir. Scheeien! 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 Ich bin Doc's für die Position der tracks podcasts. Diezung. Was können wir tun, Sabrina? Meine Stellung an Hänsels Hof ist in Gefahr. Und wenn Van der Griff die Schlacht gewinnt, wird Hänsels nichts mehr aufhalten, Oberedden einzunehmen. Das Ende des Kräftegleichgewichts im Norden. Was willst du tun? Das Feuer des Melka. Ich töte Van der Griff und schwäche beide Seiten. Eine solche Waffe kann streng geahndet werden. Das ist mir klar. Hänsels Hegemonie passt nicht zu den Plänen der Loge. Wir helfen dir. Aber denk daran. Geht es schief, bist du auf dich gestellt. Ich bin bereit. Mehr habt ihr nicht drauf. Ihr sterbt ja wie die Kakerlaken unterm Stiefel. Ist da irgendein Catwinner, der es mit Selkirk von Guleta aufnimmt? Wir siegen den General der Streitkräfte. Kannst du spielst, ich schweige. YouTube, wir sehen uns im nächsten Part von... Oh Gott, geht mir aus dem Weg. Follow the Witcher 2. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.